Nachdenkseiten Die kritische Website Meinungsmache mit dem dubiosen China-Experten Ein Artikel von Jens Berger, verantwortlich Redaktion Adrian Zenz gehörte in den letzten Tagen zu den meist zitierten Quellen in den deutschen Medien. Angefangen bei der Tagesschau, über den Spiegel, die Süddeutsche Zeitung, die Zeit bis hin zu amerikanischen Propagandasendern wie Radio Free Asia ist Zenz ein gern gesehener Interviewpartner und Zitatgeber. Die FAZ nennt ihn in einen der wenigen etwas ausgewogeneren Artikeln zum Thema Der Mann mit der Million. Der Artikel verbirgt sich hinter einer Paywall. Dabei geht es um die Zahl von mehr als einer Million Uiguren, die angeblich in chinesischen Umerziehungslagern interniert sein sollen. Diese Zahl stammt von Zenz und wird als Steilvorlage in der aktuellen Kampagne gegen China oft und gerne aufgenommen. Über den Hintergrund von Adrian Zenz schweigt man lieber. Das ist verständlich. Stammt der, in Anführungszeichen, Experte doch aus einem höchst dubiosen Umfeld mit kalten Kriegern aus der amerikanischen Think Tank und Geheimdienstgemeinde? Das lässt an der Seriosität seiner Aussagen zweifeln. Wer ist Adrian Zenz? Die Tagesschau gibt sich bei der Vorstellung ihres sogenannten China-Experten recht wortkarg. Zenz, Zitat, gilt weltweit als renommierter Experte für die Situation der Muslime in China. Zenz lebt und arbeitet in den Vereinigten Staaten von Amerika, Zitat Ende. Das hört sich natürlich seriös an. Doch wo arbeitet der sogenannte weltweit renommierte Experte eigentlich genau? Der Wissenschaftsdatenbank ORCID zufolge ist Zenz an der European School of Culture and Theology in Korntal, Baden-Württemberg, tätig. Von dieser Schule werden wohl die allerwenigsten bislang etwas gehört haben, und das ist verständlich. Die ISCT gehört zur Akademie für Weltmissionen, einer eher randseitigen evangelikalischen Bildungseinrichtung, die eng mit der ebenfalls in Korntal niedergelassenen Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen assoziiert ist, zu der auch die evangelikalische chinesische Missionsgemeinschaft gehört. Der FAZ gegenüber beschreibt sich Zenz als tief religiös und spricht von einer Berufung und davon, dass Gott ihn dorthin geleitet habe auf einen, Zitat, vorbereiteten Weg. Seinem eigenen Eintrag bei Akademie zufolge ist Zenz zudem bei der Columbia International University tätig und betreut dort die Doktoranden der Korntaler ISCT. Doktoranden einer evangelikalen Privatschule an der Columbia University? Ja, denn die Columbia International University ist nicht mit der renommierten New Yorker Columbia University zu verwechseln, sondern eine dubiose evangelikalische Bibelschule in Columbia, South Carolina. Deren online zu erreichende in Anführungszeichen Doktortitel sind wohl eher als Skurrilität, denn als sogenannte renommierte Wissenschaft zu bewerten. Gegenüber der FAZ hat Zenz übrigens angegeben, dass er sein Geld gar nicht als Wissenschaftler, sondern als wortwörtlich Freiberufler in der IT-Branche verdient. Seine China-Studien sind demnach wohl eher ein Hobby, dem er in seiner Freizeit nachgeht. Sonderlich renommiert ist dieser wissenschaftliche Hintergrund nicht. Das klingt alles eher nach einem religiös geleiteten Hobbywissenschaftler. Zenz' vermeintliches Renommee kommt aus einer ganz anderen Quelle. Adrian Zenz ist nämlich zusätzlich Senior Fellow für China-Studien bei einem dubiosen Think Tank namens Victims of Communism Memorial Foundation. In dieser Funktion ist er dank seiner extremen Aussagen zur chinesischen Politik in ein Zitierkartell rechter und transatlantischer Thinktanks geraten. Das reicht für die Tagesschau denn offenbar aus, um als sogenannter weltweit renommierter Experte zu gelten. Wer oder was ist Victims of Communism Memorial Foundation? Hierbei handelt es sich um ein Think Tank, das es sich selbst zur Aufgabe gesetzt hat, die sogenannte freie Welt von den falschen Hoffnungen des Kommunismus zu befreien. Hervorgegangen ist VOC aus der antikommunistischen Gruppierung im Umfeld von McCarthys Komitee für unamerikanische Umtriebe und den darauf aufbauenden, reaktionären Gruppierungen, die im Umfeld der Geheimdienste in der Ära des Kalten Krieges installiert wurden. Gegründet wurde VOC 1993 von den Kalten Kriegern Lev Dobryansky, Lee Hewitz, Grohe Norquist und Spinev Brzezinski. Der heutige Chairman Lee Hewitz war früher unter anderem beim Cheyenne-Keyshik nahestehenden Committee for Free China und Gründer der amerikanischen Abteilung der World Anti-Communist League, einer rechtsextremen, internationalen, ebenfalls von Cheyenne-Keyshik initiierten antikommunistischen Liga, der unter anderem so illustre Personen wie Otto Skorsensky, Waffen-SS, Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, Ante Pavejec, Ustascha, Kroatien und zahlreiche Befehlshaber der lateinamerikanischen Todesspadronen angehörten. Berater des VOC ist John K. Singlaub, ein 98-jähriger ehemaliger Generalmajor der US-Armee, der zu den Gründern der CIA gehört und die CIA-Operationen im chinesischen Bürgerkrieg geleitet hat. 1972 musste Singlaub zurücktreten, nachdem er öffentlich Präsident Carters angekündigten Abzug der US-Truppen aus Südkorea kritisiert hatte. Danach gründete er mit Gleichgesinnten die Western Goals Foundation, ein privater Geheimdienst, der bei der Iran-Kontra-Affäre die Waffenlieferungen an die rechtsextremen Kontras in Nicaragua organisiert hat. Die Western Goals Foundation wurde von einem ehemaligen Mitglied als eine Zitat »Sammlung von Nazis, Faschisten, Antisemiten, bösartigen Rassisten und korrupten Egoisten« Zitatende bezeichnet. Singlaub war seinerzeit auch Chairman der World Anti-Communist League und deren US-Ableger United States Council for World Freedom. Das United States Council for World Freedom wurde übrigens mit finanzieller Starthilfe der reaktionären Regierung von Taiwan gegründet. Mit an Bord war auch Lev Dobriensky, der Mitbegründer des VOC. Wer das VOC heute finanziert, bleibt im Dunkeln. Das rechtsgerichtete Think Tank lebt von anonymen Millionenzuwendungen und tritt vor allem als Stichwortgeber für die dem militärisch-industriellen komplex nahestehenden Think Tanks in Erscheinung, wenn diese mal wieder Munition gegen die linksgerichteten Regierungen in Südamerika oder eben gegen China benötigen. Ist aus diesem Umfeld eine seriöse wissenschaftliche Analyse der chinesischen Politik zu erwarten? Adrian Zenz war nach eigenen Angaben ein einziges Mal in der Provinz Xinjiang, 2007 als Tourist. Für seine Studien hat er frei zugängliche Internetquellen, wie beispielsweise Ausschreibungen und Jobangebote der chinesischen Regierung in der Provinz Xinjiang, durchforstet und auf dieser Basis dann Schätzungen über den Umfang der in chinesischen Umerziehungslager Inhaftierten aufgestellt. Gegenüber der FAZ beschreibt er diese Schätzungen selbst als spekulativ. All diese Hintergrundinformationen besagen natürlich nicht, dass es in der Provinz Xinjiang keine Umerziehungslager gibt. Die Zahl der wortwörtlich einer Million Inhaftierten, die über den sogenannten Experten Zenz durch unsere Medien gereicht wird, ist jedoch mehr als fraglich. Und wie ein Internetrechercheur wie Zenz, der seit zwölf Jahren nicht mehr in der Region war, belastbare Aussagen zu Details treffen will, ist ebenfalls ein Rätsel. Natürlich sollen die Medien gerne auch kritisch über die Unterdrückung der Uiguren in der Provinz Xinjiang berichten. Ob es der Glaubwürdigkeit dient, sich dabei auf derart dubiose Experten zu verlassen, ist jedoch fragwürdig. Alles andere als fragwürdig ist indes das Verschweigen des Hintergrunds des Experten-Sens. Denn wenn die Zuschauer und Leser diesen Hintergrund nicht kennen, können sie sich auch nicht ihr eigenes Bild über die Seriosität der Aussagen und Informationen machen. Aber das sollen sie wohl auch gar nicht. So funktioniert Meinungsmache nun mal. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wie Sie die Ware